Demnächst startet eine große Die Sims Show, bei der viele verschiedene Simmer gegeneinander antreten und ein Preisgeld von 100.000 Dollar gewinnen können. Mehr dazu in diesem Video. Gestern Abend hat Electronic Arts eine neue Game Show angekündigt, die sich komplett um die Sims drehen soll. Die Sims Barked. In dieser Sendung treten verschiedene Simmer aus der englischen Community gegeneinander an und versuchen sich in verschiedenen Wettkämpfen im Baumodus der Stelle einen Sim-Modus und dem Geschichtenerzählen mit den Sims zu schlagen. Der Gewinner erhält insgesamt 100.000 Dollar, ab dem 17. Juli kann man die Show auf dem amerikanischen Sender TBS sowie dem Buzzfeed-Multiplayer-YouTube-Kanal mitverfolgen. In der Show scheinen ebenfalls ein paar Sim-Gurus sowie jede Menge Tränen vertreten zu sein, ich bin ebenfalls gespannt, wie sich die Sendung so entwickeln wird. Aber auch im Spiel ist etwas von der Show spürbar, ebenfalls ab dem 17. Juli wird der neue Tab in der Galerie, welcher mit einem gestrigen Update hinzugefügt wurde mit neuen Herausforderungen, die hier wohl regelmäßig stattfinden werden, bestückt. Werdet ihr die Show ebenfalls mitverfolgen, schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.